Sind Bilder, Fotos immer urheberrechtlich geschützt oder ist das wie bei Grafiken oder Texten, wo man eine gewisse geistige Schöpfungshöhe braucht? Ist einfach so ein Schnappschuss, ist das wirklich urheberrechtlich geschützt? Ja, Bilder sind so eine gewisse Ausnahme, die sind tatsächlich immer urheberrechtlich geschützt. Man unterscheidet bei Bildern nur zwischen Lichtbildwerken, das sind wirklich arrangierte Bilder, oder ein einfacher Schnappschuss ist ein Lichtbild. Lichtbildwerke sind 70 Jahre geschützt nach dem Tod des Urhebers und Lichtbilder, also der Schnappschuss, mindestens sind 50 Jahre geschützt nach Anfertigung oder Veröffentlichung. Das heißt also, wenn ihr Bilder verwendet, die jünger sind als 50 Jahre sind, die immer urheberrechtlich geschützt. Diese Bilder müssen auch kein Copyright-Zeichen haben, diese Bilder müssen auch nicht in irgendeine Urheberrechtsrolle eingetragen sein und vor allem erlischt der Urheberrechtsschutz nicht, wenn ein Bild tatsächlich schon im Internet veröffentlicht worden ist, das glauben viele. Nein, die Bilder sind immer urheberrechtlich geschützt.